Maxi Löw, Dreierpark, Klasse gehalten. Was ist das für ein Gefühl? Super geil. Also man kann gar nicht sagen. Richtig geiles Gefühl. So viele Zuschauer, im Fernsehen mitgegangen. Die ganze Mannschaft hat einfach gesehen, dass wir das Ding unbedingt gewinnen wollten. Wir haben alles gegeben und wir haben uns die ganze Saison immer einfach vertiert, weil wir es immer wieder zurückgekommen haben. Wir haben Tiefschläge erlebt. Aber eben, wir haben uns immer wieder aufgebaut und nächstes Jahr wieder Regionalliga. Einfach geil. Wie wichtig ist für den Verein FC Augsburg, dass ihr jetzt die Klasse gehalten habt? Super wichtig. Wir sind um 23, wir sind das letzte Abateur-Team vor der ersten Mannschaft und einfach fliegt Regionalliga. Das ist einfach so. Das ist super wichtig. Das hätte heute auch ganz anders laufen können. Elfmeter reinbekommen, Ladentreffer. Warum habt ihr die Fans so lange zittern lassen? Dazu gar nichts zu sagen. Ich meine, am Ende gewinnen wir 5-1 und es ist scheißegal, wir sind drin geblieben. Nein, so ist es. Ich habe den Herrn Merkel auf deinen verschossenen Elfmeter angesprochen. Was glaubst du, was das kostet? Ich hoffe nichts. Ich habe ja sonst drei gemacht. Also ich hoffe, es kostet nichts. Jetzt hast du in der Saison lange verletzt, heute Matchwinner. Wie würdest du jetzt die Saison im Nachhinein sehen? Für dich auch persönlich. Ja, natürlich ein Erfolg. Wir haben die Regionalliga gehalten. Meine Tore habe ich gemacht. Linksaußen habe ich elf oder zwölf. Ich war zwar lang verletzt, aber ich bin wieder zurückgekommen. Heute hat es sich ausgestrahlt, dass ich gekämpft habe. Was nimmst du dir persönlich für die nächste Saison vor? Ja, auf jeden Fall ist wieder der Klassenerhalt. Vielleicht nicht ganz so spannend wie dieses Jahr machen. Und weiter an der Leistung jetzt anknüpfen. Super, danke schön. Danke.